Moin Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Let's play The Elder Scrolls 5 Skyrim Da ist Lydia Es ist schön hell On this Tag Ich will hier meinen total schlachten Die Hallo, oh, da rennt jemand rum Hallo Kann ich ihn irgendwie helfen? Hallo, werter Reisender Ein fahrender Troubadour und ein wandernder Taugenichts Zu ihren Diensten Leider nicht Aber wenn ihr eure Zunge Natürlich, um vor dem gewöhnlichen Volk aufzutreten Der sieht gut aus, dann hat er sich Geld noch Wieso sollte die Gabe der Musik den Höfen und Herren reicher Städte vorbehalten? Er schweigt gut aus Da ist wieder lebend, kommt ihr hier nicht Bis zum nächsten Mal Das ist schwer für die, weil nur ein Strahlschwein wurde Dann hat der Bandit bei sich mit dem Abel Dann hat der Bandit bei sich mit dem Abel Oh, ich hoffe, dass wir es hinkriegen Fuck Ja, Mann Gut, da kommt Lydia Wir haben Witz mal nicht Wir sind erst Yo So, laufen. Das Tor ist zu. Das Tor ist zu. scheiße kutsche auf der anderen rift und dann gehen wir mit den rippers ich rate euch im geräde der gesicht kann wir sagen der reise immer schnell richtung soll ich euch mitnehmen wohin soll es gehen wiedersehen bei es glaubt dann wiedersehen kann euch zu jeder haupt wohin soll es gehen ja dann möchte ich nach weißlau klettert wieder hinein dann sind wir weg ja weil die einfach doof sind weil eigentlich ist wenn wir nicht kurz draußen hält und der co-trainer dessen name ich vergessen habe so wieso holt man sich nicht neu rohrer oder eine slumka wieder dann hätten wir jetzt nicht mehr im abstieg gehabt da wären wir tabellen 14 da wenn ich auf 17 und würden hätten so hoch gegen den schlechten vereinen verloren ja wiege und schaufle hauptsächlich habt ihr damit ein problem okay So. So, dann erstmal laufen. So, dann nehmen wir uns mal ne Fackel mit. LOL. So, dann sehen wir ihn nicht mit hier. So, laufen. Jetzt bin ich mal ein bisschen schnell unterwegs. So. 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 kann wieder absteigen die ja 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 wir müssen auch gleich kommen doppel auf doppel magie gehen da machen wir mal doppel flammer so breit leute paar vampire zu zerstören diese wächter wissen nie wann sie aufgeben müssen ich dachte wir hätten ihnen an ihr habt ihr nicht alleine hierher zu kommen ein dummkopf so wie all die anderen ist das schon alles die 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 Zolo ist ein bisschen dunkel, aber warte mal, ich mach mal kurz die Bildschirmhelligkeit bis vor euch an, damit wir wissen, was das ist so lol lol ah jetzt ist krank hell, jetzt ist Tagendia, lol alter wie hell, trotzdem auch ganz schön dunkel an manchen Stellen die sieht gut aus, das ist ja, die Vampiros nehmen wir am Mittwoch, die geil finde genau Lol, war hier nicht irgendwo noch ein Vampir? Was ist das? Oh Hallo? Wer ist da? Also diese ganzen Dings? Oh nein! Was heißt das? Bleib an! Bleib an! Verdammt! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Ich wollte die Folge nicht beenden jetzt und jetzt sind wir wieder am Anfang. Nein, nicht im Ernst. Diese Wächter wissen nie, wann sie aufgeben müssen. Ich dachte, wir hätten ihnen an ihrer Halle eine Lektion erteilt. Alleine hierher zu kommen... Wir sahm die Teile drei Fackeln. Waf, 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 waf. so das waren bestätigte bücher hier scheiße was war das ist mir scheißig also feuerblitz no way no way wir haben keine mana mehr oh destroy Oh boy! Die hat ne Vapiro, ok, nehmt die Vapiro auch nochmal mit, so. Oh, ich geh nochmal hier lang. Oh, ich geh nochmal hier lang. So. Lauf, 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 die haben wir weggesniped hier. Ist da jemand? Ja. Genau. Ja. 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 Soll ich mich überwettend freuen? Ja. Bis dahin. Ciao. Ja. Ja.